Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Ja, wir sind kurz die Karte der Galaxis. Das Problem ist, das Spiel ist mir bei der letzten Aufnahme abgestürzt. Deswegen ist diese Folge nur elf Minuten lang und danach machen wir quasi hier live wieder weiter an Bord der Normandy. So Freunde, weiter geht's. Wir haben hier nur noch... Ah ja, da unten nur noch die Einheit vor uns. Die wissenschaftliche Gedingung haben wir ja vorher erkündet. So, hier geht's nochmal ein bisschen den Berg runter. So, schön. Oh, 63% nur noch. Das arme Fahrzeug, das leidet aber auch mit jedem Außeneinsatz. So, jetzt grad mal gucken. Den haben wir. Der fehlt uns, glaub ich, wirklich noch. Wir sehen schon mal keine Husks. Ne, in dem waren wir noch nicht drin. Aber da seh ich doch auch schon wieder das erste. Das erste Opfer liegen. Mal schauen, was hier drin noch gibt. Die armen Menschen. Naja, und alles voll mit Husks natürlich. So, da hatte ich mir noch kurz einen Kaffee geholt. Na, werdet ihr wach? Na super, direkt eine Fusionssicherheitszelle. Neben der Nase. Kommt der Nächste irgendwo hinterm Eck vor. Jetzt ihr. Du. Ja, aber so. Boah, es war klar. Das war klar. Aber so klappt das doch schon ein bisschen besser hier mit Garros und Caden. Da sind wir auf jeden Fall... Sind wir gut dabei, möchte ich sagen. So, da hinten ist noch einer, wie ich sehe. Und komm mal her. Hallo. Ah, guck mal, das ist ein Kreisläufer. Der macht Handball. Komm her. Und komm. Ist dir kalt? Komm. Jetzt bestimmt. Mein Freund, der Eisblock. So, hier ist noch eine Eindämmungszelle. Aber hier habe ich auch noch was anderes gesehen. Erste Hilfestation. Machen wir uns mal komplett voll. Hm. Hier neben ist wohl noch ein Gang. Hier hinten. Warte mal, wo kamen wir denn raus? Wir kamen da oben raus. Da hinten ist noch ein Räumchen. Wollen wir auch wirklich alles durchsuchen. Da ist noch eine Kiste. Das Räumchen komme anscheinend noch nicht rein. Mal hier die Tür scheint verriegelt zu sein. Vielleicht kriegen wir die von oben auf. Weil das Teil ist zumindest out of order. Oder was ich mir auch vorstellen kann, dass wir hier eine Mission vielleicht annehmen können, die uns hier reinführt. Und es dann freigeschaltet ist. Weil eingezeichnet ist der Raum allemal. Oder der Raum ist oben. Kann natürlich genauso sein. Da vorne ist noch ein Spind. Für die leichte Dichefrierung zwischendurch. Drei Stück. Ah, Mensch. Das ist ja hier ein... Ein richtiges... Ach ja. Guck mal. Schöne Sachen. Das ist ja ein richtiges Mekka hier der guten Ausrüstungsgegenstände, möchte ich bald sagen. So, noch mehr Sachen. Und Nummer drei. Aber das ist alles nur so Durchschnittskram, wo wir dann wahrscheinlich zwei Drittel später... ...zu Gel umwandeln können wieder. Hier ist noch ein Upgrade-Kit. Ach, schön. Ja, wir sind schon wieder fast vollgeladen. Bio-Verstärker vier. Also Bio-Verstärker haben wir definitiv genug. Mittlerweile. Okay, das war es hier schon auf unserem... ...diesem schönen Planeten. Hm. Also hier lebt niemand mehr. Alle tot. Ja, die Menschen. Ja, die Menschen. Sie tun einfach Dinge. Und du kannst nicht beantworten, warum sie die tun. Und wir gehen zurück zu Normandy. Auch komisch, ne? Der Marco wird abgeworfen, aber dann muss die Normandy doch landen, um ihn wieder abzuholen. Also, naja. Ja, haben sie da wieder die Husks gehabt? Nur, wo kamen die Husks her? Das ist zwar irgendwie... Nicht so ganz klar. So, Shaska haben wir abgefrühstückt. Das heißt, Marunsee haben wir auch abgefrühstückt. So, jetzt haben wir Feroz. Was ist hier noch? Haben wir auch noch? Müssen wir nochmal zurück? Haben wir da wieder eine Mission offen oder was? Nach Feroz? Ich möchte gleich mal reingucken. Was ist denn da auf Feroz? Hier können wir auf jeden Fall nochmal landen. Ich weiß noch nicht so genau, warum. Wir wollen mal kurz hier den Missions... Missionslog befragen. Die Röhre finden. Sie müssen die Welten Feroz, Noveria, das Artemis Tau-Cluster und Vermein erkunden, um Hinweise auf die Röhre zu bekommen, bevor Saren sie findet. Okay, das ist also einer der Hauptaufträge. Vermeier müssen wir sowieso hin und Noveria müssen wir eh hin. Also passt es. Und das Artemis Tau-Cluster. Was haben wir hier? NES VI außer Kontrolle. Auf der Rückseite des Erdenmondes ist das. Dann müssen wir sowieso dann zurück zur Erde. Armstrong Nebel-Cluster. Amazon-System. So 2 von 7 Daten, das kann man schon. Asari-Schriften, 2 von 10. Asari-Diplomatie. Sollen wir noch ins Citadel-Präsidium? Da müssen wir sowieso irgendwann mal wieder hin. Hier geht es ja auch. Wertvolle Mineralien. Und thurianische Insignien, 4 von 13. Also da geht es weiter. Momentan, dann würde ich sagen, wir machen hierbei einen Wettlauf gegen die Zeit mit. Danach sollten wir nach Noveria und nach Worma, ja, auf jeden Fall. Also, wieder zurück nach Feroz, wo wir schon mal waren. Hinweise auf die Röhre. Mal schauen, aber wir kennen ja da nur unsere Kolonie und eigentlich haben wir da eigentlich schon alles abgearbeitet. Trotz allem drehen wir uns momentan ein bisschen im Kreis. Ich hätte auch gerne jetzt was Neues noch gezeigt, aber das sollte wohl nicht sein. Wenn ich mich mal aufhöre, auf meinem eigenen Schiff zu verlaufen, dann haben wir wirklich hier einen Fortschritt geschafft. Grüße. So. Hier geht es in... Moment mal. Es muss doch hier oben der Ausgang sein. Ich bin doch nicht Blade, oder? Wo ist denn der Ausgang? Hilfe! Da ist der Ausgang. Der ist doch da vorne. Navigator... Navigator Presley hat... Gute Arbeit. Weiter machen. Jawohl, Sir. Hat nichts Neues zu... zu seiner Verteidigung zu sagen. Achso, ja, stimmt. Die Luftschleuse war ja hier zwischen den ganzen Kommandokonsolen. Okay, ähm... Da wir wieder... Wir nehmen wieder Liara mit, denn sie ist eigentlich nicht schlecht unterwegs, weil sie halt auch bei... Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. So sieht es nämlich aus. So, Liara ist natürlich hier nicht schlecht wegen der proteanischen Ruinen. Und ich schaue mal... Upsa. So, hier sollen wir nochmal hin. Mit Gavin Hustle sollen wir nochmal reden. Der war doch, glaube ich, für die Luft oder was zuständig, ne? Na, schauen mal. Nachdem wir hier das Ganze befriedet haben, könnte er uns ja jetzt mal einen Gefallen tun. Mal schauen, ob wir hier auch nichts vergessen haben, aber sieht gut aus. So, vielleicht kann er uns was sagen. Was das hier mit der Röhre betrifft. Vielleicht, ähm... Muss man auch nur reden. Hier krümelt es schon wieder an jeder Ecke. Hier brennt es immer noch. Also hier scheint sich nicht viel getan zu haben. Und ich hoffe, Gavin Hustle mit den anderen brauchen wir, glaube ich, nicht zu reden. Ah, cool. Shiala ist auch noch da. Hallo. Na, das ist doch super. Also er weiß nichts, äh, sie weiß nichts hier. Gavin. Ah, Gavin. Hallo. Ja. Warst du schon mal da, oder? Hm. Hier geht es im Plot, geht es hier weiter angeblich bei Gavin Hustle. Tut es aber nicht. Saren ist auf der Suche, oder ist ein Wettlauf gegen die Zeit? Ach, das ist die Hauptmission. Mensch, wir waren doch hier. Wir müssen... Wir müssen... Genau. Sorry. Ah, mh. Gut, dann sollten wir nach Noveria oder nach Wörmeier. Also Wörmeier wäre jetzt, glaube ich... Ah, das ist beides. Beides eklig. Ja, ja, wir gehen zurück. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt notwendig ist, hier mehrfach, sag ich mal, den gleichen Ort aufzusuchen oder ob man, wenn man einmal da war, alles gesehen hat. Ähm. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, aber dann gehen wir jetzt direkt nach Noveria und dann... Ich denke, haben wir auch jetzt die Partlänge, weil ich war zwischendurch ja Kaffee holen, deswegen weiß ich jetzt nicht, weil ich die Uhr weiterlaufen lassen habe. Weiß ich nicht, wie lange der Parten etwa ist. Ich will es ja auch nicht immer übertreiben. Hat ja auch nicht jeder immer mal eine Dreiviertelstunde Zeit da zum Gucken und deswegen finde ich immer so die 20 Minuten plus minus bisschen finde ich eigentlich immer ganz gut. Na wohl an, also Feroz ist abgehakt, obwohl das wahrscheinlich... Ja, aber natürlich, weil die Hauptmission ist aktiv und dann zeigt hier der Pointer auf Feroz, aber hier sind wir fertig. Hätte mich auch gewundert, wo hätten wir die Hauptmission sonst her nehmen sollen noch? Mach die Türe auf, wir kommen rein. Bereithalten, Landungsdruck. Dekontamination aktiv. Ja, Freunde, in dieser Folge leider nicht so viel passiert. Wir haben nur kurz diese eine Basis noch auseinandergenommen. Sind dann nochmal irregeleitet nach Feroz geflogen, habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass da nichts mehr zu holen ist. Also, wieder zurück ins Schiff. Dabei ist jetzt als Hintergrundinfo für euch das Spiel abgestürzt. Ich habe dann versucht, irgendwann nochmal das Spiel zu starten, aber da hat es die Konflikt zerrissen und ja, dann ist irgendwie Mass Effect bei den Sachen im Hintergrund gelandet, wo dann irgendwie nicht mehr weiter gemacht wurde aus Gründen. Jetzt auf jeden Fall geht es weiter. Ich habe eine relativ lange Aufnahmesession gestern schon wieder durchgezogen und ja, bin guter Dinge, dass wir das jetzt hier am Stück durchziehen, weil die Storyline entwickelt sich jetzt gerade richtig, richtig geil. Ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne dabei sein. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.